Hallo mein Name ist Phil und meine lieben Freunde wir testen heute das erste Game mit meinem schönen R9 den ich mir erspielt habe und mal gucken wie er sich so geil spielt ich glaube er wird sich geil spielen ich habe dafür gesucht St da da vor dem ich fühl schon das ist einfach so Ich mach mal leise, weil ich mich nicht mehr behalten hab. Oh! Also ich find so arg, was ziemlich schön geil ist für 3-2. Och man, ernein. Was? Äh, nein. Ich schlöde euch grad. Na! Ich kann aber mal nachschauen. Ich bin nicht schon dummer in die Linie. Ja, komm! Ja! Ernein Gegner! Der Glatz in die Grenze. Der Glatz in die Grenze. Der Glatz in die Grenze. Der Glatz in die Grenze! Ja! Die 2 glatzen vorne Die 2 glatzen vorne Ah! R9? Fühlt sich schon geil an zu spielen. Es wird sich den Lohnen. Ich weiß nicht wie viel es sind, wie viel 23 ist. Ich denke mal, der ist scheiß ok. Jetzt gehen wir noch ein bisschen. Und holen Sie es. Aber natürlich ist auch wieder der Punkt. Uri wird hier nur wegen dieses Spiels. Auch schon einer mit meiner Lieblingsspieler. Fähre den Punkt eigentlich. Aber R9 ist halt mehr. Ich muss wissen, dass ich mein Lieblingsspieler fahre. Ich hab drei Haarland-Trikus. Noch keinen von City, aber... ...wird mal gekommen. Nein! Ich spring da nicht raus! Hä? Ja! 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 Alter! Mach mal! Es ist Baden gegangen! Mit den Übersteigern! Du? Ja? Ja? Oh, den muss ich hier aus Prinzipien. Aber nur aus Prinzipien. Echt? Echt? Guck mal auf seine Jacke. Ja. Das wird erst morgen aktualisiert. Deswegen würde ich sagen, tschau. Tschau.